Kaum hatte ich diesen wunderbaren Fire Stick, kam auch schon die Pressemitteilung, dass Google zukünftig YouTube auf den Fire TV und Echoes blockieren will. Die Meldungen sind noch ein bisschen widersprüchlich. Sofern ich das sehe, geht es vor allem darum, dass Google die YouTube App von den Geräten entfernen will. Ich vermute mal, wenn der Silk Browser in Deutschland kommt, was ja auch in den nächsten Wochen der Fall sein sollte auf dem Fire TV Stick, wird es wahrscheinlich in den Browser noch gehen. Also alles andere wäre schon ein bisschen krass von YouTube, schrägstrich Google. Ich hoffe mal, dass diese beiden großen Babys sich da irgendwie einigen können und dann vielleicht Amazon Video auch auf dem Chromecast läuft und vice versa. Das ist ja sicherlich die beste Lösung für beide Firmen und für uns Kunden vor allen Dingen, weil wir sind ja eigentlich die Leidtragenden bei der ganzen Geschichte. Weil wenn die beiden Types sich da streiten, haben wir eigentlich das Nachsehen, weil ich denke mal, die meisten Leute gucken dann doch eher aufs Gerät als auf die Apps. Aber ja, es ist halt ein relativ sinnloser und bescheuertes Streit zwischen beiden Firmen und ich denke, wenn die sich da irgendwie gütlich einigen könnten, wäre allen ganz gut geholfen. Außer natürlich den Anbietern von ähnlichen Geräten, die alles unterstützen wie Roku. Denen ist das wahrscheinlich ganz recht, was die Kerle hier treiben, weil die natürlich davon profitieren. Ich wollte euch nochmal Bescheid geben, falls ihr es noch nicht gehört habt. Also zum 01.01. soll die YouTube-App auf den Fire TV Sticks und Echo Shows laut Google deaktiviert werden. Viel mehr ist im Moment noch nicht bekannt und das Ganze ist natürlich Teil von einem großen Clash zwischen YouTube und Amazon. Weil Amazon keine Chromecast verkauft und keine Amazon-Video-App für die Chromecast anbietet, geht YouTube jetzt einen ähnlichen Schritt. Wobei ich glaube, Amazon bietet keine App und deswegen verkauft es die Chromecast nicht oder wie auch immer. Auf jeden Fall sollten diese beiden Giganten des Internets sich da mal zusammentun und vielleicht ein bisschen kooperieren, anstatt gegeneinander zu arbeiten. Dann, ja, das wäre auf jeden Fall die beste Lösung für alle. Aber schauen wir mal, was dann am 01.01. wirklich passiert, 2018. Ob wir dann Silvester keinen YouTube mehr auf dem Fire TV Stick gucken können oder... Ja, man kann natürlich auf dem Fire TV Stick auch wieder irgendwo gehackte alternative Software installieren, dann geht es wahrscheinlich auch wieder. Ja, aber auf jeden Fall ärgerlich für alle Beteiligten. Und macht das mal besser, ihr Großen. Ihr habt doch eh schon genug Geld. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ja, und bis bald auf dem Sofa. Ciao, ciao.